Eine neue Windel ist da. Die Kedo Extreme stammt von der Eigenmarke des Windelshops Diperminister und verspricht eine hohe Saugleistung. Werfen wir einen ersten Blick auf die Neuerscheinung, die brandaktuell am 10. Juli 2024 in den europäischen Shop gekommen ist. Laut Beschreibung hat man sie speziell für ABDL entwickelt und damit ist klar, dass der Fokus auf der Saugleistung liegt. Ich hatte dazu auf meinem Kanal mal eine Umfrage gemacht, wie viel eine Windel aushält, ist für euch mit Abstand das wichtigste Kriterium. Danach kommt die Bequemlichkeit und damit zusammenhängend das Außenmaterial, bei der großen Mehrheit ist das Folie. Daher setzt auch Kedo wieder darauf, statt auf das deutlich weniger beliebte Kaden. Die Saugleistung wird mit 11.500 ml angegeben. Das ist ein beachtlicher Wert, doch man sollte nicht vergessen, es wird nicht erwähnt, wie dieser Wert gemessen wurde. Ist es standardisiert gemessen oder anders? Manche Hersteller verwenden eigene Labortests, wodurch die Ergebnisse kaum noch miteinander vergleichbar sind. Sie geben bestenfalls eine sehr grobe Einschätzung, ob man eine ziemlich dünne oder dicke Windel erwarten kann. Sie ist eine Alternative zur Trest Elite Briefs, die ich vor fast zwei Jahren im Praxistest hatte. Die Elite Briefs versprach 9,5 Liter Saugleistung, was zu der Zeit eine auffallend hohe Saugleistung war. Da es sich bei solchen Angaben immer um theoretische Labortests handelt, konnte sie natürlich nicht wirklich so viel aushalten. Dennoch erzielte sie in meinem Alltagstest ein gutes Ergebnis, zu einem Preis von 3,49 Euro pro Windel allerdings schon 2022 nicht gerade günstig. Das scheint sich verschärft zu haben, weil der Hersteller die Preise erheblich angehoben haben soll. Verschiedene Shops haben sie daher aus dem Programm genommen, was ich verstehen kann. Schon für 3,49 Euro gibt es günstigere Alternativen, ein noch höherer Preis lohnt sich daher meiner Meinung nach definitiv nicht mehr. Kiddo möchte die entstandene Lücke mit der Kiddo Extreme füllen, sie ist mit 3,29 Euro pro Stück im direkten Vergleich etwas günstiger. Unter allen Windeln aus meinen Tests ist auch sie im oberen Preisbereich. Wie bei der Trest ist sie komplett weiß, ohne jegliche Aufdrucke. Das ist interessant für diejenigen unter euch, die aus medizinischen Gründen Windeln tragen und von verspielten Designs nichts halten. Oder den reinen Diaper-Lovern, die bunten Aufdrucken ebenfalls nichts abgewinnen können. Beide hatten bisher eine ziemlich kleine Auswahl, weil sich die meisten Windeln an beide Seiten richten, optisch ansprechend für die Adult Babys. Dicke, bequeme Windeln für die Diaper-Lover, denen die Funktion wichtiger ist. Und dazu natürlich alle dazwischen, denen das Design etwas wichtig ist, aber nicht im Vordergrund steht. Ob die Kiddo Extreme genauso gut wie Trest ist oder vielleicht sogar noch mehr aushält, muss ein Praxistest zeigen. Was denkst du über die neue Windel? Ist die Elite Briefs ein Verlust? Schreibe es in die Kommentare oder in die offizielle Windel-TV-Bots-App-Gruppe. Bleib trocken!